so hallo leute und herzlich willkommen zurück zum portal 2 koop also für euch sollten die folgen ja im gleichmäßigen abstand kommen aber für uns sind jetzt schon wieder zwei wochen vorbei es heißt wir werden vielleicht ein bisschen brauchen um uns einzuüben etwas von hier reinzukommen also fangen wir mal damit an willkwürdig über plattformen zu springen das ist erstmal okay wollte ich sagen es ist auf jeden fall überlebbar ja nein da ja aber wir kommen nicht so hoch ja nee okay hier runter springen ich guck mal was hier oben ist ein laser laser immer feiern mal leise okay was hier scheint und würfel zu kommen ja ich sehe ich sehe wo der würfel okay warte mal ich sehe wo der würfel kommt kannst du ja hier irgendwie oder guck mal ich würde mal hier versuchen das sieht gut aus ein bisschen tiefer nein am besten hier weil dann kann ich was versuchen da drüben ach so damit der dann kann ich dann kann ich hier eigentlich das trotzdem hier oben lassen weil wir das später noch brauchen weiß ich nicht ach so damit ich den woanders hinten bleiben können er kommt drinnen ja genau jetzt sollte dann eigentlich sollte dann eigentlich zu dir hochkommen in der würfel keine ahnung ob ihn da oben brauchst ja doch hier ist ja der leipzig 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 um 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 dahinter ich springe einfach mal rüber und versuche dabei nicht direkt wieder um zu fallen dann muss man den Punkt doch hier ist noch eine Watt okay um warte mal so jetzt musst du irgendwie den strahl bringen den würfel oder du würfst ihn mir einfach runter das nein wofür brauche ich denn wir brauchen ja den wups wir brauchen den laser moment ich komme mal zu dir hoch aber wir müssen hier ich schieße mal kurz dahin weil der muss ja dann da durch so zack dann schaue ich mal aber ne hä hä musst du da rüber vielleicht ahm ich muss erstmal hier rüber fliegen glaube ich ähm dann musst du hier oben wo ich den laser portal habe musst du einzeln machen dann muss ich weiter mit dem uah strahl hantieren zack und hier wo muss ich ein portal hinschießt bei dir oben ja hier warte mal ich komme zu dir hoch ja nein nein es ist zu niedrig jetzt kannst du nochmal nein nein jetzt nicht ich bitte heieiei okay also ich hier einfach ein portal hin haben ja weil dann kannst du da rüber und wenn das geht wenn das warte mal ähm du musst hä äh doch da ist ne wand ähm hier unten nein warte mal das passt au ich flieg einfach mal rüber und schau was passiert von da aus kann ich ja mal schauen ob ich ein portal setzen kann mit dem ich diesen strahl da um mieten kann ne warte 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 ich hab plan nein warte mal ich hab auch eine ich die plan weil du musst erst da rüber so nein doch au ich war schon fast oben drüben warum wie durch den strahl einfach hä der war doch da gar nicht doch mit df da war der laser nein und der strahl ist hier fast bis ganz rüber gegangen ich hätte ein bisschen tricksen müssen aber ich glaube ich wäre rüber gekommen bisschen tricksen vor allem nein also es ging ungefähr bis hier hin also ich wäre schon irgendwie hoch gekommen okay so ähm jetzt muss eigentlich nur noch du rüber kommen und das war's dann einfach in den strahl springen was dumm das sah voll schwer aus ja eigentlich schon das war jetzt wir haben uns gerade ein bisschen blöd angestellt aber eigentlich war es jetzt nicht so schwer ja ja nicht unbedingt die vielen weißen Wände haben ein Seelen-Tiot hört ihr jetzt auf das ist nicht nötig what the what wollt ihr mich damit ärgern ja ja moment mal natürlich seid ihr defekt sieht aus wie eine Funktionsstörung ja epic ninja moves nice nimmst du eigentlich wieder die Zeit auf oder haben wir das vergessen ähm ja jetzt gleich okay gut wir nehmen jetzt zwei Sekunden auf nice was schätzt also fünf Minuten werden es schon gewesen sein oder ja dann würde ich sagen können wir nach zehn Minuten ab jetzt die erste Folge beenden jo denk ich mir auch so dann ist sie halt eventuell ein wenig länger die Folge ist ja auch nicht so schlimm natürlich vertraut er mir ja klar ich fühle mich geschmeichelt warte mal ich muss schnell alte Roboter-Teile verstecken dass sie niemand findet was machst du da nichts ich fühle mal hier rein ähm ja hopps so und über dasselbe kommst du dann zurück wahrscheinlich nimmst du da oben den Würfel und und dann musst du mich zurückholen ähm hole ich dich zurück indem ich auf den Knopf steige genau ich liebe meinen Würfel drück den Knäpp da nichts wo wo das war zu früh ich glaube der Würfel ist kaputt ich wollte dich ganz stylisch in den zweiten ähm laserstrahl sprengen aber das hat nicht so geklappt nochmal wir haben ja Zeit epic fail kapper so jetzt nochmal drück knapp aber lass den ähm lass den Würfel mal im strahl okay ich hab grad losgelassen so so Moment ich hab mal das Interface aktiviert ähm lass den Würfel mal in den strahl aber du kommst runter dann dann ähm warte mal ich muss hier noch schnell so achso da hab ich schon Moment Mensch meins okay jetzt passt's schön ach gut wir einig wie wir uns schon wieder sind ähm müsste eigentlich nicht aufgehen ja sehr gut sehr gut nur zur klarheit ich fragte zu gerade ob er dir vertraut exzellent ich vertraue dir du bist mein Lieblingstestsubjekt uh oh du wirst schon ganz rot so war ich das ich bin auf jeden Fall grad so schön geschwebt als ich mich an die Glasewand meiner Kabine begeben habe es sah ein bisschen strange aus okay Levitation Stimmt Orange das ist mir an Blue noch gar nicht aufgefallen Was erzählst du mir? Möchtest du etwas sagen? N-Nein Nein Eigentlich nicht ähh ich geh mal durch äh ich sag das musst du machen sonst ja weil alles auflösen das Gitter uah jetzt kannst du da wahrscheinlich irgendwo anders hinsetzen ja ähm Und ich glaub von da oben muss ähm Angst wow WTF Was ist passiert? Da waren zackies. Au. Ja. Moment, lass uns mal überlegen. Wenn du da auch... Na, da musst du aber erstmal in den anderen Strahl kommen. Nee, 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 nee. Ich probiere mal was anderes. Kannst du in diesen Strahl hier springen? Ja, das versuche ich. Falls ich nicht wieder runterfalle. Okay. Sehr gut. Kannst du hier? Ich mach jetzt erstmal so. Und dann komm ich da nämlich erstmal rüber. So. Du musst hier nochmal schnell ein Portal hinschießen. Warte, nee, noch nicht. Das andere. Dann könnte ich nämlich auf dem selben Weg hinkommen. Möchtest du erstmal gucken, was der Knöpp hier macht? Richtig, Blue. Orange hört dich nicht. Was hat Orange? Wirklich. Okay. Danke, mir das zu sagen. Sehr gut, ich komm nach, ich komm nach. Genau, jetzt musst du auch wieder über den Strahl springen. Nein, 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 nein. Uh, der ist egal. Der ist hoch. So. Genau. Okay. Sehr schön. Da ist er schon der Ausgang. Ja. Das war bloß, äh, gefährlich mit den Stacheln. Voll die Kunststücke. So. Orange, fühlst du dich von Blue betrogen? Wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt, hätte Blue das über mich gesagt, würde er nie die nächste Remontagestation erreichen. Alter. Die Psychotricks schon wieder. Kladus kann es einfach nicht lassen. Mit dem Schirm mindestens ebenso viel Freude daran wie an den Tests an sich. Ja. Ich glaube, die hat sogar am, äh, peinigen mehr Spaß, als an den Tests. Deswegen testet sie ja auch keine Pflanzen. Ihr habt es beide geschafft. Ungeachtet dessen, was ich auch versuche, euch zu entzweien oder zu zerstören. Testen wir weiter. So einfach war es okay. Au. Lö. Das seht ihr nur Maschinen. Ähm, was geht immer hier rüber? Oh, dann. Was macht, was macht denn der Knopf, wenn du dich drauf stellst? Ich weiß nicht. Ah, okay, ja, tut den, das Fliegel geht ja über hier. Ach, den Stahl umdrehen. Aber, das bringt doch nichts. Ah, okay, doch, ich habe eine Idee. Wart mal. Hä? Ja. Das macht Sinn. Erst, echt? Ja, echt. Das macht Sinn. Ich brauche nur noch eine Portalplattform hier irgendwo. Na, von der anderen Seite ist er hier. Aber sonst ist es da nichts. Ähm. Ja, da kommen wir hoch, aber. Hm, wie kommen wir nicht. Was ist da oben überhaupt? Das ist eine andere Frage. Ich denke mal, der Ausgang, aber. Ah, okay. Ich glaube, du, das Portal musst du machen. Ne. Wie denn? Aber du kommst hier nicht raus. Du kommst hier nicht raus. Hier ist ja wieder so ein, du bist Ding. Ich gehe jetzt erstmal hier hinein. Hier ist ja auf jeden Fall noch ein Knopf und da oben ist irgendwie so eine Zierscheibe. Ähm, tut den mal in die andere, steigt mal auf den Knopf, bitte. Ja. Dann kann ich mal schauen, was der Schalter hier macht. Oh, gut. Was macht er? Eine zusätzliche Portal-Plattform. Ähm. Geht das Portal weg, wenn ich hier runtersteige? Ja. Ja, es geht weg. Ähm. Storvis, ich komm hier nicht raus, weil, äh. Ich könnte aber zu dir hintergehen. Ne. Ich könnte hier meine Portale machen. Halt, stopp. Ja, ich kann hier meine Portale machen. Geh noch auf den Knopf runterkommt. Ich mach hier meine Portale. Dann lässt du mich zu dir, aber meine Portale, dann kannst du ja durchgehen, weil meine Portale bestehen ja trotzdem noch und dann kann ich auf diesen Knopf. Ne, 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 deine Portale. Tret mal bitte schnell auf den Kopf, ich Knopf, ich will das ausprobieren. Ah, haha. Das wird nix. Ne. Na, warte mal, warte mal. Nein. Wenn ich hier auf den Knopf gehe bei mir, dann geht hier vorne so ein Materialauflösegitter hin. Das heißt, du kannst nicht zu mir rüber. Ah, okay. Ah. Warte mal, geh runter. Wieso ist das nämlich wieder weg? So, Materialauflösegitter, das habe ich natürlich nicht gesehen. Ja, ganz tricky. Irgendwie muss da ein Würfel drauf. Erstmal brauchen wir überhaupt einen Würfel. Gibt es hier überhaupt Würfel? Ich komme auch kurz wieder raus. Wahrscheinlich da oben, wo wir sonst nicht umkommen. Ha. Ne. Ne, 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 ne. Ähm, geh auf den Knopf. Auf den hier? Ja. Ja. Ich möchte mal was gucken. Ah, ja, okay. Gute alte Schwung. Ja. Könnte natürlich auch funktionieren. So. Aber das hat uns... Hast du Würfel hier oben oder irgendwie so? Ich muss gerade mal schauen. Hier komme ich. Ah, okay. Jetzt musst du... Ähm... Okay, das heißt, du musst erst hier unten die Portale machen? Oder teile davon? Ich kann... Von hier kann ich ein Portal machen. Ich kann von hier oben alle Portale machen. Das ist gut. Das heißt, und dann kannst du runtergehen und in die entgegengesetzte Richtung drücken. Aber das Dumme ist... Muss überhaupt der Ausgang? Hier oben. Moment, hier. Da oben. Das heißt, ich muss zu dir mit hin. Das ist... Dumm. Ach so. Du musst bloß hier rein. Oh wie. Spring da rein. Geh auf die Plattform rechts neben dir. Wart mal. Ja, ich kann jetzt nicht umdrehen. Wart mal. So. Na, das war... Mist. Ähm, okay. Soviel zur Genauigkeit. Du warst das Blue. Tu nicht so stolz. Sag, du musst jetzt einfach bloß... In den Strahl rein und auf das Plattform. Das bringt dir nichts. Warte, ich muss den... Ich bin doch schon auf der Plattform. Jetzt kannst du hoch. Genau, ich wollte eben nur auf die Plattform schnell. Ach so, okay. Das war der schnellste Weg. Ja, gut. So. Okay. Wir lernen jetzt auch etwas. Nämlich fließt sich für diese Gefühle. Also kann ich euch vollstens vertrauen. Aufregend. Also, macht's gut. Ciao, bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017